Hallo und willkommen zu einer neuen Folge täglich grüßt der Hundetrainer. Ich bin Dirk für die Hundeschule Stadtfälle und heute werden wir uns in der Folge mit einer sehr wichtigen Frage aber auch einem kontroversen Thema auseinandersetzen. Heute geht es um Gewalt in Hundeschulen. Bevor wir aber tatsächlich auf das Thema zu sprechen kommen, möchte ich euch alle noch mal bitten, wenn ihr unseren Kanal mögt, wenn ihr unsere Inhalte mögt, dann unterstützt uns, indem ihr den Kanal abonniert, teilt gerne auch unsere Videos und gebt uns einen Daumen hoch. So könnt ihr dafür sorgen, dass wir weiterhin euch Content anbieten können und unsere Arbeit unterstützen. Und jetzt fangen wir an mit dem Thema. Also bevor wir jetzt überhaupt erst anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, müssen wir mal darüber sprechen, was ich als Gewalt verstehe. Das ist sehr wichtig. Ich habe schon ein Video gemacht, das nennt sich gewaltfreie Erziehung. Schaut euch das bitte an, denn eine Sache muss ganz klar sein. Wir reden hier nicht davon, dass der Hund, wenn er sich nicht konzentriert, an der Leine zum Härchen umgedreht wird. Wir reden hier auch nicht davon, dass der Hund, weiß ich nicht, wenn er nicht Sitz macht, auf den Po gedrückt wird oder so. Wenn das verhältnismäßig ist, wenn das nicht schlimm ist und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das genutzt wird, um sich mal in sinnvollen Situationen durchzusetzen, dass ich den Hund mal knuffe oder so, dann ist das noch in Ordnung. Wir wollen uns heute ganz klar darüber unterhalten, was sind unnötige Dinge und wie gehe ich damit vor allem als Mensch um, wenn ich das Gefühl habe, in meiner Hundeschule oder in meinem Verein werden Sachen gemacht, die ich nicht gut finde, die ich nicht unterstützen kann. Also, wenn ihr verstehen wollt, was ich nicht als Gewalt auffasse, dann ist es sehr wichtig, dass ihr euch das Video Gewaltfreie Hundeerziehung anguckt. Denn es gibt ein paar Dinge, die sind Gewalt. Wir werden jetzt auch den Begriff heute nicht definieren, wir werden einfach nur Beispiele nennen. Aber das ist wirklich wichtig, wirklich wichtig, dass ihr da reinschaut. Ich hatte auch schon mal eine Dame bei mir, die inkognito aus einer anderen Hundeschule gekommen ist. Ich wusste natürlich, wer das ist. Also, man kennt ja solche Leute. Und da war eine Situation, dass der Hund sich nicht konzentriert hat und ich habe den mit der Leine umgedreht. Also, wenn ich sage umgedreht, dann meine ich wirklich umgedreht. Das ist, als würdet ihr jemanden an der Schulter anfassen und den umdrehen. Der hat kein Salto gemacht, gar nichts. Aber das hat sich schon als Gewalt aufgefasst und das tatsächlich nachher auch im Internet so proklamiert. Also, wichtig, guckt das eine Videos. Es liegt mir wirklich am Herzen, damit ihr das versteht. So, und jetzt nehmen wir mal so ein paar Beispiele raus, die vom Fragesteller genannt wurden und schauen uns an, inwieweit das Gewalt ist und inwieweit das notwendig ist oder sinnvoll ist und was wir damit machen. In der speziellen Frage wurde ich gefragt, wie man damit umgehen soll, wenn in der Hundeschule solche Dinge passieren. Sie hat gesagt, da werden ständig die Hunde geschlagen, zum Beispiel mit dem Käppi auf den Kopf, wenn sie nicht Platz machen. Die werden ständig mit der Hacke in den Arsch getreten, hier so ist Allah-Sisa-Milan-like. All solche Dinge sind völlig unnötig. In den aller, 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 allermeisten Fällen. Es gibt immer mal die Ausnahme von der Ausnahme, wo man sagen kann, okay, pass auf, da hast du jetzt wirklich zwei Jahre geübt und der kriegt wirklich nichts mit. Jetzt, weiß ich nicht, fällt der den Nachbarshund an oder den Hund auf, der neben dir in der Hundeschule steht und geht da nicht runter, dann musst du dem halt auch mal in den Arsch treten. Dann mag das durchaus in Ordnung sein. Von sowas reden wir nicht. Wir reden von ganz normaler Erziehung in der Hundeschule, die jetzt nicht bedingt oder in denen es jetzt Situationen gibt, die nicht bedingen, dass man wirklich Gefahr abwehrt. Also wenn ich dem Hund in den Arsch trete, um Gefahr abzuwehren oder um zwei wirklich ernst sich beißende Hunde zu trennen, dann ist das eine andere Geschichte. Oder wenn ein Hund auf den Menschen losgehen würde oder sowas. Also Hundeschule, ganz normale Erziehung, Erziehungskurs, Hund macht nicht Platz oder Sitz und kriegt gleich einen mit der Mütze auf den Kopf. So was gibt es. So was gibt es leider immer, 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 immer noch. Und das ist super traurig. Und wir kommen auch gleich dazu, wieso es das noch gibt und was ihr dagegen tun könnt. Also nehmen wir mal das Beispiel mit der Käppi. Ihr steht in der Hundeschule und seht das. Ein Mensch haut seinen Hund mit dem Käppi auf den Kopf, weil der nicht Sitz macht und sich nicht konzentriert. Dann stellen wir uns sofort zwei Fragen. Ist das notwendig und ist das sinnvoll? So. Notwendig ist das überhaupt nicht. Also es gibt noch zehn andere Möglichkeiten. Ich kann ihn mit der Leine umdrehen. Ich könnte dem auch mit dem Käppi mal auf den Po hauen. Vielleicht reicht es auch, dass er sich konzentriert. Aber dann regen wir wirklich nur davon, dass wir uns bemerkbar machen wollen. Ich könnte mir eine Situation vorstellen, da steht da jemand mit einem Schäferhund, der sich komplett in Rage bellt, weil er irgendeinen anderen nicht mag oder so. Dann manchmal funktioniert das halt eben nicht mit Leckerchen. Das ist ja alles in Ordnung, aber ein Hund mit einem Gegenstand, auch wenn es nur eine Mütze ist, ins Gesicht zu hauen, finde ich blöd. Finde ich unnötig. Das gehört sich einfach nicht. Also, es ist nicht notwendig. Das halten wir schon mal fest. Ist es sinnvoll? Ja, das ist schwierig zu beurteilen, weil manchmal gibt es Hunde, bei denen ist es einfach schwerer. Und vielleicht mag es bei denen so sein, dass da schon viel passiert ist, dass man schon viel versucht hat, dass man mit Leckerchen gearbeitet hat, mit Spielzeugen, mit allem Möglichen drum und dran. Dann mag es wirklich vereinzelte Situationen geben, in denen das sinnvoll sein könnte. Aber in 99,5% der Fälle ist es das einfach nicht. Dann ist das nicht sinnvoll. Das ist jetzt sehr schwierig. Ich könnte jetzt zu einer festen Situation, die ich gesehen habe oder die wir beschreiben könnten oder die ihr kennt, da könnte ich jetzt tatsächlich was sagen, wenn man den Hund dazu noch kennt. Manchmal, jetzt so auf Entfernung, ist es tatsächlich schwer, das zu beurteilen. Also, wie gesagt, es mag ganz wenige Ausnahmefälle geben, da ist es von mir aus okay. Aber in 99,5% der Fälle, wie gesagt, nicht sinnvoll. Jetzt stellt sich die Frage, warum machen die das so? Und wieso ist das immer noch so? Wieso wird das immer noch getan? Und was können wir dagegen tun? Bevor wir eine Reaktion einleiten, würde ich immer empfehlen, tatsächlich mit den Menschen zu sprechen. Also, nicht mit den Betroffenen, sondern ich gehe nach der Stunde, wenn ich da in der Hundeschule bin als Beispiel, gehe ich zum Trainer und sage mal, pass mal auf, ich habe gesehen, der hat das und das und das mit seinem Hund gemacht. Der hat dem HZU die Mütze auf den Kopf gehauen. Warum macht der das? Muss das sein? Das kommt mir nicht richtig vor. Ich würde das auch neutral formulieren. Ich würde nicht sehr anklagend klingen wollen. Ich würde nicht sagen, hey, das macht man so nicht, das gehört sich nicht, ihr seid alles Schweine, weil dann kriegst du keine vernünftige Unterhaltung und keine vernünftige Antwort mehr. Ja, also, das macht einfach keinen Sinn. Und wenn man dann neutral an die Leute rangeht, auch wenn es in euch brodelt, geht neutral an die Leute ran, sprecht mit denen, sagt, hey, ich habe das gesehen, muss das sein? Warum macht der das? Ich verstehe es nicht. Kannst du mir das erklären, bitte? Damit ich vielleicht, vielleicht, vielleicht das Ganze verstehen kann oder nachvollziehen kann. Wer weiß denn, ob der Trainer dann sagt, du, pass auf, der HZU, der ist jetzt hier schon zwei Jahre und klappt immer echt super gut, aber ab und zu flippt der halt aus. Und dann haben wir festgestellt, ist das die einzige Lösung, die wir in den Situationen parat haben. Und das klappt auch. Wer weiß, vielleicht ist das eine Erklärung. Das heißt immer noch nicht, dass ihr das gut finden müsst. Das heißt auch noch nicht, dass ich das gut finden muss. Darum geht es nicht. Aber dann kann ich das vielleicht nachvollziehen. Manchmal steckt auch einfach hinter so einer Mensch-Hund-Geschichte ein echt langer Leidensweg und manchmal muss man einfach versuchen, Dinge nachvollziehen zu können. Unabhängig davon, ob ihr das nachvollziehen könnt oder nicht oder wie gut oder schlecht die Antwort war, die ihr bekommen habt. Wenn ihr der Meinung seid, ich bin weiterhin der Meinung, das funktioniert nicht, das gehört sich so nicht und ich finde, da läuft was nicht richtig, dann ist die einzige Reaktion, das einzige probate Mittel, das ihr nutzen könnt, das Ganze zu melden. Wirklich zu melden und anzuzeigen. Nicht dem Besitzer im Zweifel, weil wenn der das einfach nur auf Ratschlag der Hundeschule macht, dann muss man sagen, okay, vielleicht weiß er es nicht besser. Klar, der ist natürlich auch mitgehangen, mitgefangen, aber ich würde auf jeden Fall die Hundeschule melden. Ich würde beim Veterinäramt sagen, passt mal auf, liebes Veterinäramt, das und das passiert dort regelmäßig und da passieren Dinge, die ich nicht in Ordnung finde und beschreibt das wirklich sauber. Beschreibt das detailliert und beschreibt den nüchtern und sachlich, worum es geht. Macht das Ganze schriftlich. E-Mail mit Empfangsbestätigung, dann wisst ihr wenigstens, es ist angekommen, es hat einer gelesen. Es gibt ja auch noch Empfangs- und Lesebestätigung. Die Problematik, dass viele Menschen oder viele Hundetrainer, Hundeschulen sowas noch machen können, ist einfach, weil sie nie jemand dazu, in Anführungsstrichen, zur Raison zieht. Und das liegt unter anderem daran, weil wenn die Kommunen vorbeikommen, dann melden die sich halt, da sagen die vorher was und dann passen die auf, dass sie sowas nicht machen. Wenn die aber genug Meldungen gekriegt haben, dann sieht das anders aus. Also die Kommunen, Meldung, diese Hundeschule, da passiert Schweinerei, das funktioniert nicht. Und dann werden die aktiv, dann werden die aktiv werden müssen. Wenn ihr es richtig gut hinkriegt, dann schafft ihr es vielleicht sogar, das Ganze irgendwie auf Video aufzunehmen. Also würde ich halt, muss man mal gucken. Oder aber ihr sprecht jemanden in einem Kurs an, den ihr vielleicht kennt, wo ihr wisst, okay, die sind wahrscheinlich der gleichen Meinung und sagt denen, pass mal auf, findest du das gut, was hier passiert? Ich nämlich nicht. Und wenn die dann auch sagen, ich finde das scheiße, dann kann man mit denen sprechen und sagen, hey, lass uns das doch bitte melden, wir können das ja gegenseitig bezeugen, wir waren ja beide da. Und so wird irgendwann ein Schuh draus. So werden diese Leute sich irgendwann rechtfertigen müssen und erklären müssen, warum, wieso, weshalb, sie reagieren, wie sie reagieren und Dinge tun, die sie tun. Und dann, und auch nur dann, wird das irgendwann aufhören. Ganz wichtig. Also versucht es zu verstehen, versucht die Situation zu analysieren, überreagiert nicht, bleibt sachlich, bleibt überlegt, sprecht die Leute im Nachhinein drauf an und im Zweifel meldet es bei den Kommunen. Das ist der einzige, der einzige Weg, wie ihr damit umgehen könnt. Ich selbst, ich selbst bin auch natürlich schon mal bei den Kommunen gemeldet worden. Nicht, weil ich jetzt bei mir in der Hundeschule ständig Hunde verhaue, sondern, weil auch bei mir manche Leute sich über meine Art und Weise oder Dinge, die ich getan habe, echauffiert haben und das Ganze gemeldet haben. Da war unter anderem eine Situation dabei, wo einer unserer Hundeschulhunde wiederholt, zum wiederholten Male, von einem anderen Hund angegriffen worden ist und ich habe den getreten. Ich habe den angreifenden Hund getreten, den fremden Hund. Ich habe den mit dem Arsch getreten, damit er da runter geht. Und die Brau hat mich dann angezeigt. Ich wollte das auch, weil das war irgendwie das fünfte, sechste, zehnte Mal, dass der irgendeinen aus der Hundeschule angegriffen hat. Jedes Mal völlig grundlos. Und so ist es dann dazu gekommen, dass die mich angezeigt haben, die Kommunen das überprüft haben. Ich habe denen auch ganz klar geschildert, was passiert ist. Ich hatte natürlich Zeugen vor Ort. Ich war ja mit der Hundeschule da. Und dann kam ganz schnell raus, nee, scheiße. Das Problem war nicht der Hundetrainer. Der hat richtig reagiert, um Gefahr abzuwenden, sondern das Problem ist der Mensch. Der Mensch mit seinem Hund, dessen Hund gefährlich ist, der halt seit Monaten oder Wochen oder Jahren nichts dagegen tut, dass dieser Hund gefährlich ist. Mittlerweile ist dieser Hund nämlich mit Maulkopfpflicht ausgestattet, weil das nicht das erste Mal war. Also nicht alles, was man sieht, immer direkt sofort werten, sondern nachfragen, sachlich bleiben, überlegen. Und im Zweifel, wenn ihr dann immer noch sagt, nee, das ist nicht gut, das finde ich nicht richtig, das ist nicht sauber, ich glaube, da läuft was verkehrt, dann meldet das beim Veterinäramt, beim Ordnungsamt, bei der Polizei. Veterinäramt ist die erste Anlaufstelle, aber wer weiß, ob man die kriegt. Aber ich würde das auf jeden Fall melden. Ich hoffe, das hilft euch so ein bisschen, damit umzugehen. Ach so, wenn ihr natürlich Teil in dieser Hundeschule seid, dann geht, dann geht ihr auf jeden Fall. Dann sagt ihr, hey, ich will mein Geld zurück, weil ich finde, das ist eine Sauerei, wie die mit den Hunden umgegangen wird. Dann gib mir den Rest des Geldes, ich möchte geben. Ihr habt ein Anrecht darauf, auch wenn die dann sagen, ja, aber du hast zehn Stunden gekauft oder so. Ganz, ganz dünes Eis für den Hundetrainer. Also die müssen euch da die Möglichkeit geben, die können natürlich dann Dinge verrechnen und so, das Arbeitsaufwand und so. Aber wenn ihr in so einer Hundeschule seid, melden, gehen und sucht euch eine bessere Hundeschule. Der Counterpart ist übrigens nicht eine Hundeschule, die sich nie durchsetzt. Das ist halt eben genau das, worauf ich hinaus wollte mit dieser Dame, die dabei inkognito war. Die machen halt alles nur mit Wattebauschen. Wenn der Hund nicht funktioniert, wird einfach immer weiter mit Leckerchen gewedelt und gebettelt, dass er mitmacht. An dem Punkt drehe ich den um und sage, hallo, jetzt konzentriere dich doch mal bitte, ey. Also ein guter, gesunder Muttleweg. Das darf nicht zu hart und vor allem nicht unnötig hart sein. Das darf aber auch nicht zu weich und vor allem auch nicht ohne jeglichen Anspruch und ohne jegliches Durchsetzungsvermögen sein. Irgendwo in der Mitte. Da seid ihr richtig. An den Außen meistens keine gute Hundeschule. Ich hoffe, das hilft. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Wenn es euch gefallen hat, gebt den ganzen Daumen hoch. Sprecht doch mal mit uns in den Kommentaren, welche Situationen ihr schon kennengelernt habt. Vielleicht wart ihr in einer Hundeschule, wo ihr sowas ähnliches gesehen habt und vielleicht ist sogar jemand von euch dabei, der sagt, ich habe so eine Situation gehabt. Ich habe die Leute darauf danach angesprochen. Die haben mir das erklärt und jetzt kann ich es verstehen und jetzt bin ich auch auf deren Seite und obwohl ich das nicht gut finde, sehe ich, dass es vielleicht sogar keine andere Option für diese Menschen gibt. Denn manchmal gibt es auch das. Also ab in die Kommentare. Wir versuchen mit euch zu reden und euch zu antworten. Abonniert und liked. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.